Mein Opfer war Bergmann, er war auf dem Pütt, er starb unter Tage und das war echtes Glück. Für Omas Rente, denn die war nicht allein und für hungrige Mäuler saßen daheim und ich seh sie noch am Fenster an der Kohlenluke stehen, mit der Schippe unter Tränen und bereit mit ihm zu gehen. Danach setzte sie sich zu mir und sie sah mich lange an und dann sagte sie, was ich bis heute nicht vergessen kann. Das ist nicht schön, das muss man wollen und zwischen Himmel und dem Stollen, da gibt's viel Herz, da gibt es Leben und eigentlich ein echter Grund, nicht aufzugeben. Was macht dich als Mensch aus, hier bei uns im Pott? Du bist stur und sehr herzlich und du glaubst nicht an Gott. Du bist fleißig und eitel und als Assi verpönt, du bist reich an Armut und Kummer gewöhnt. Und ich hör uns Kinder noch im Hof mit ner Büchse Bolzen spiel'n. Das ganze Blut am Kopfsteinpflaster, als wir auf die Schnauze fielen. Und dank der Wirtschaftswunderzeit gab's immer Arbeit allerhand. Und trotz der ganzen Katastrophen haben wir eines wohl erkannt. Das ist nicht schön, das muss man wollen und zwischen Himmel und dem Stollen, da gibt's viel Herz, da gibt es Leben und eigentlich ein echter Grund, nicht aufzugeben. Und heute lauf ich durch die Straßen und hätt ihn beinahe nicht erkannt. Der alte Kumpel von der Zeche sucht dort im Müll nach Flaschenpfand. Ja, das ist kaum zu ertragen, so ungerecht zum Niederknien. Ich glaub, ich komm wohl nicht drumrum, doch noch aufs Land zu ziehen. Das ist nicht schön, das muss man wollen und zwischen Himmel und dem Stollen, da gibt's viel Herz, da gibt es Leben und eigentlich ein echter Grund, nicht aufzugeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist kein Schnauze, der Schnauze ist.